Zink-Selenid ist IVI-Verbindungshalbleitermaterial. Der Halbleiter-Kristall besteht hier nicht aus einem reinen Element, wie zum Beispiel Silizium, sondern 1 zu 1 aus stachiometrischen Mengen Zinkrationen und Selin-Anionen vorkommen. Zink-Selenid kommt natürlich in Form des Minerals Stilleid vor. Eigenschaften Zink-Selenid ist ein zitronengelbes Pulver, das löslich in rauchender Salzsäure unter Selinwasserstoffentwicklung ist. Es besitzt je nach Modifikation eine Kristallstruktur vom Zinkblende- oder Wurzityp. Verwendung Zink-Selenid wird unter anderem zur Herstellung optisch hochreflektiver Oberflächen verwendet, wo es in dünnen Schichten abwechselnd mit einem anderen Stoff, zum Beispiel Kryolit, im Vakuum aufgedampft wird. Außerdem ist es im Gegensatz zu normalem Glas sowohl im infraroten Bereich als auch im sichtbaren Wellenlängenbereich transparent. Es eignet sich deshalb besonders zur Herstellung von optischen Fenstern und Fokus-Yelinsen für zum Beispiel CO2-Laser oder Festkörperlaser. Die optischen Eigenschaften des Materials können genutzt werden, um die eigentliche Bearbeitungswellenlänge zu transmitieren, und ermöglichen gleichzeitig die Transmission eines meist roten Halbleiterlasers zur Justage des Strahlengangs. Die Infrarot-Transparenz von Zink-Selenid macht es auch interessant für den Einsatz in der Infrarot-Spektroskopie. Der nutzbare Spektralbereich liegt zwischen 20.000 und 650 cm-1. In diesem Bereich wird Zink-Selenid als Messkristall für die Technik der abgeschwächten Totalreflexion eingesetzt. Hier wird das Material auch als CRTRAN1 bezeichnet. Es gilt bei vielen Routineanwendungen als eines der bevorzugten Ersatzmaterialien für das sehr giftige Thallium-Bromediodid. Der Brechungsindex der beiden Materialien ist in diesem Bereich sehr ähnlich. Der Brechungsindex von ZNSE bei 1000 cm-1 liegt bei 2,4. Es ist jedoch nicht geeignet für den Einsatz in Verbindung mit starken Säuren und Basen. Da diese die Oberfläche ätzen, ähnliches gilt für Komplexbildner wie EDTA und Ammoniak. Sicherheitshinweise. Kommt Zink-Selenid mit Säuren in Kontakt, wird sehr giftiges Selenwasserstoffgas freigesetzt.